Ich finde, dass das Coaching-Team von HedgeTech eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Es hat ganz viele Vorteile, nicht nur Kükenqualität, auch Management, auch nachgucken, wie die Produktion läuft, die kleinen Details nachgucken, wo man eventuell kleine Produzente oder größere Produzente verliert. Das sind sehr kluge Leute und die haben ganz viel Erfahrung, weil die reisen durch die ganze Welt. HedgeTech-Coaching-Team hat mir auch, im Namen von Willem, Augen aufgemacht auf Sachen, wo ich tausendmal vorbeigelaufen bin und ich habe jedes Mal fast meinen Mund kaputt gemacht und der zeigt mir mit einem Finger, hey, das ist falsch. Also ich denke, das ist gut. In meiner Brüterei machen wir so, dass die Leute von HedgeTech jede drei Monate ungefähr kommen. Also das ist eine richtig gute Relation und der hilft mir auch nicht bloß in diesen drei Tagen, wenn er bei mir ist, sondern auch die ganze Zeit zwischen einem Besuch und dem anderen Besuch. Seitdem ich mit Willem zusammengekommen bin, haben wir ganz viele große Schritte gemacht. Punkt eins, das war größerer Schlupf. Ich denke, im Durchschnitt 4% mehr Schlupf, weniger Selektion bei der Selektion, viel bessere Kükenqualität. Ich denke, dass der Kunde mehr zufrieden ist. Ich denke auch, dass die Elterntiere, Produzenten auch mehr zufrieden sind, weil wir mehr Küken aus Eiern produzieren. Also das sind ganz, ganz große Schritte, was wir gemacht haben. Seitdem wir mit HedgeTech und dem Coaching-Team zusammenarbeiten, macht es richtig Spaß, hier zu arbeiten. Jetzt sehe ich die großen Schritte, was wir machen. Also die Schritte sind so extrem. Früher brauchten wir viel, viel mehr Zeit, um einen kleinen Schritt zu machen. Jetzt geht es ganz schnell nach vorne. Und in jedem Besuch sieht man neue, neue Ergebnisse. Unser hauptsächlicher Ziel ist nicht, die größte Brüterei in Polen zu sein, aber unser Ziel ist, die beste Kükenqualität in Polen zu machen. Die größte Anerkennung ist, wenn der Kunde zu mir anruft und er sagt zu mir, bitte schick mir nochmal solche guten Küken. Dann fühlt man schon, dass man richtig gute Arbeit macht. Ich fühle mich stolz und es drückt mich wieder nach vorne. Ich will wieder etwas Neues machen.